Hallo liebe Caravan und Campingfreunde, ich bin die Katja von Mika Caravan und ich möchte euch heute kurz unseren Shop vorstellen. Unser Shop ist in Dinkelsbühl in der Heiningenstraße 24. Auf ca. 200 Quadratmeter bieten wir das Vollsortiment von Frankana Freikor an. Dinge, die ihr hier im Shop nicht findet, aber benötigt, können wir jederzeit bestellen. Frankana Freikor, unser Partner, liefert ca. zwischen 2 und 3 Werktagen und somit relativ zügig. Camping Cards, Stellplatzführer, dann haben wir hier die Haushaltsartikel bzw. Haushaltshelfer für Wohnmobil und Camping. Teekessel, Geschirr, der tolle Omnia, die komplette Serie haben wir für euch, alles bei uns zu haben. Hier haben wir unser Kuziol-Geschirr, Kuziol überwiegend Eugenic. Unsere Wohnmobile, die wir vermieten, sind komplett ausgestattet mit Kuziol-Eugenic-Geschirr. Kuziol made in Odenwald. Sehr schön. Alles bei uns erhältlich. Auch hier, was ihr entdeckt, im Katalog oder online und bei uns nicht findet, kein Problem. Wir bestellen es euch. So, jetzt gehen wir weiter. Hier unser schöner Baum, der unseren Laden echt aufhübscht. Hier steht zur Zeit noch ein Zelt. Ab nächster Woche steht da ein Wohnmobil der Firma La Marca, die wir verkaufen bzw. auch vermieten. Unser Bollerwagen, den wir sehr gern vermieten für die Kinder. Super gut zu fahren, mit den Rädern auch im Sand. Selbstverständlich auch für die Hundebesitzer. Ihr dürft auch gerne den Bollerwagen ausleihen und eure Hunde reinsetzen. Hier haben wir die Gasabteilung. Alles, was ihr für Camping, Gas benötigt, Kocher, bei uns erhältlich. Auch hier nochmal Grills. Und ganz natürlich Campingstühle, Hocker, Zubehör, Kopfkissen. Sicherheitssysteme für Wohnmobile, Caravans, auch bei uns. Dürfen die nicht fehlen, die unsere Grills. Für die ganz Hartgesoddenen, die im Zelt schlafen, haben wir auch Zelte. Kühlboxen, alles was dazu gehört. Von der Firma Nordic Lux bieten wir super schöne Lampen für den Außenbereich an. Selbstverständlich auch im Innenbereich nutzbar. Näheres dazu werde ich euch in einem Extra-Video darüber erzählen und zeigen. Auch Lithium-Akkus der Marke Superbee bieten wir an. Und falls ihr auch einen Umbauhilfe möchtet, kein Problem. Auch dafür können wir euch behilflich sein. Hier noch ein kurzes Stimmungsbild, wie es ausschauen kann auf einem Campingplatz. So, das war es erstmal. Ein kleiner kurzer Rundgang durch unser Geschäft. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den ein oder anderen kleinen Fehler. Ich würde mich freuen, euch bald bei uns begrüßen zu dürfen. Und sage hiermit Tschüss und eure Katja.